hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video und heute mal ein ganz 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 schnelles video weil ich habe gerade wenig zeit aber wollte mal wieder eins machen und heute geht es um eine neue vitrine die jetzt in meinem umgebauten zimmer jetzt hier vorhanden ist die wollte ich halt haben und jetzt ist sie da und ja so sieht das ganze hier aus mit tür hier aufmachen und ja da habe ich jetzt eben die armee in reingestellt und das wollte ich euch halt nur mal kurz zeigen so das war es eigentlich auch schon zu diesem video morgen habe ich dann mehr zeit und werde dann wahrscheinlich das nächste wurde mit sven machen und ja wer da gegen wen antritt verrate ich jetzt noch nicht allerdings könnt ihr euch sicherlich denken wenn ihr euch das letzte noch mal anguckt und ja das war es eigentlich zu diesem video ich hoffe es hat euch gefallen obwohl es nur so kurz und irgendwie ein bisschen sinnlos war und ja danke fürs zuschauen daumen hoch abonnieren nicht vergessen und so weiter und tschüssi